So, einen wunderschönen guten Morgen, ich begrüße alle ganz herzlich zum guten Morgen Börse gemeinsam mit XTB. Heute ist Donnerstag, der 5. Oktober 2023 und wir wollen uns natürlich einen Blick hören, nochmal auf den Zinsmarkt, nochmal auf Gold, nochmal auf TLT, hauptsächlich aber auf Gold, ehrlich gesagt, wo ich erstaunt bin, ob der Schwäche, die wir zu sehen bekommen haben, trotz eigentlich eines, ich möchte schon fast sagen, perfekten Lineups. Sehr, sehr stark bärisches Sentiment, der Zinsmarkt, meiner Einschätzung nach, extrem überdehnt in den USA. Wir haben in diesem Zusammenhang seit letzter Woche Freitag beginnend und eigentlich auch schon initial dann geliefert den Impuls zu sehen bekommen, seitens der US-Notenbank Fed am Mittwoch, am 20. September. Infolgedessen, wir sind höher für länger, das war so die konkrete Maßgabe eigentlich im Großen und Ganzen, das ist das, was zu erwarten ist, haben wir Zinsen stark anziehen sehen, infolgedessen auch Equities stärker unter Druck gesehen. Kurze Gegenbewegung letzte Woche Donnerstag und dann Deutschland, ja durch den Feiertag, hier den Deutschen Tag, den Tag der Einheit, relativ dünn in die Woche gestartet, aber nicht, dass ja trotz die US-Märkte, die haben sich davon nicht beirren lassen, tiefere Tiefs markiert und ja, summa summarum sehen wir dann ADP-Zahlen, wie gesagt, wir haben ein verhältnismäßig stark einseitiges Sentiment, extreme Angst im CNN, vielen Greed-In-Gags beispielsweise, also Sentiment ist sehr, sehr stark bearish aktuell, das ist eigentlich immer so das Anzeichen, okay, das ist kurz vor einem Kipppunkt, dass es zu einem schärferen Bounce dann kommt, gestern die ADP-Zahlen deutlich unter der Erwartung, eigentlich der perfekte Impulsgeber, ja und dann sehen wir, zurückkommt auf Gold, nichts. Wir sehen keine Attacke auf die Hochsum 8, 30 oder der gleichen, sondern wir bilden jetzt eine Range aus, wir konsolidieren seitwärts, das ist ein Schwächersignal und birgt die Gefahr, dass es da weitere Abschläge gibt, dass wir noch eine Attacke auf die 1800 zu sehen bekommen, bevor es da final zu einem Bounce kommt, also Vorsicht im Zusammenhang mit eventuellen Bounceplays, konkreter werden wir gleich in wenigen Minuten zunächst einmal der Risikohinweis und dann schauen wir in die Charts, die Wiesen und CFDs sind komplexe Handelsinstrumente, die werden auf Margin getradet, gehen mit dem hohen Risiko an her schnell Geld zu verlieren, sind ausgehend hiervon nicht für jeden Anleger geeignet, bevor man mit dem Handel beginnt, erstelle mal bitte sein persönliches Risikoprofil und oder lass ein solches erstellen von einem unabhängigen Finanzberater, lade sich dann auf xdb.com slash de kostenlos eine Demo herunter, test den Handel risikofrei, schau ob der Handel mit diesem Produkt sich für ein Eignet, sofern man das für sich mit Ja beantworten kann, hat man auch die Möglichkeit, ein Live-Konto zu eröffnen, diesbezüglich alle Informationen vorstellende Risikohinweis, findet ihr auf xdb.com slash de. Wichtiger Hinweis, alles was ich in den folgenden Minuten hier präsentiere, bitte nicht als Anlageempfehlung missverstehen, es handelt sich um ein rein edukatives, rein informatives Event, könnt eure Fragen in der Kommentarfunktion unterhalb des Videos stellen, gerne, ich werde sie beantworten, ich werde sie im nächsten Event dann aufgreifen, aber nochmal, bitte nichts als Anlageempfehlung missverstehen. Hier haben wir die Kontaktdetails von xdb, Umzug in ein Beländerbureau, deswegen auch entsprechend hier jetzt in der Berliner Telefonnummer, E-Mail-Adresse, falls ihr Kontakt aufnehmen wollt, zu xdb kurz als Broker, bester CFD Brokersjahrs 2023, ausgezeichnet von Brokerwahl, die Gründe dazu geführt haben, findet ihr hier einmal aufgelistet, ein Grund mit Sicherheit, die xdb Trading Station, also die xStation ist es an dieser Stelle, auf die wir just in diesem Moment jetzt einen Blick werfen wollen, wir wollen beginnen mit einem Blick auf den DAX, wir wollen vielleicht übergeordnet einmal kurz die Equities einordnen, wo ich auch ehrlich gestehen muss, dass ich extrem erstaunt bin von der Tesla Performance, Einzeltitel, also sollte es mal irgendwann einen Bounce geben und wie gesagt, technisch fängt jetzt auch an, es gibt zunehmend ein interessantes Line-Up, möchte ich mal sagen an dieser Stelle, sollte es einen Bounce geben, dann geht meine Tendenz im Einzeltitelbereich in die Earnings vielleicht in zwei Wochen anstehend hinein, ganz besonders in eine Tesla, die gestern sehr, sehr stark performt hat. Wir wollen aber nicht zu viel aufgreifen hier an dieser Stelle und alles durcheinander werfen. Wie gesagt, nur kurz einen Überblick geben, also erstmal, was gilt es für den DAX jetzt zu tun, um das Bild aufzuhellen? Wir haben gesehen, gestern, es gab einen kurzen Flasch in der Kasse, hat man es gesehen, unter die 15.000er Marke, der Future konnte leicht rüber halten, hier auf den referenziert auch die CFD-Indikation hier bei XTB, seinen kurzen Flasch in die Region um, aber oberhalb halten immer noch die 15.000er Marke, dann gab es einen Bounce und die Support-Region letzte Woche, die hier am Mittwoch bzw. am Donnerstag noch halten hat können, die jetzt zum Wochenbeginn brach, die ist jetzt zu einer Widerstandsregion geworden, konnte nicht zurückerobert werden. Wir haben hier Schwierigkeiten, rollen jetzt erneut über, kommen gerade rein in die Kasse, also es ist kurz nach 9 an dieser Stelle, sehen Abgabe druckt. Ich bin mal gespannt, sollten wir unter jetzt hier diesen Bereich fallen, das ist kurz, ungefähr knapp um 15.170, sollten wir unterhalb des EMA 50 auf 5-Minuten-Basis halten, wäre ich im Hinblick auf den DAX sehr, sehr vorsichtig, würde dann sogar nochmal einen Test der 15.000er-Region auch im Future sehen an dieser Stelle. Mal schauen, wie sich die europäischen Indizes hier darstellen. Fakt ist auf jeden Fall, im US-amerikanischen Bereich beginnt sich das Bild so ein bisschen, naja, aufzuhellen ist das falsche Wort, weil die Angst ist weiterhin gegeben. Ich will an dieser Stelle hier einmal kurz einen Blick werfen. Das ist übrigens eine Betrachtung, die nochmal ergänzend kommt, das ist nicht die violette Linie, die wir gleich in der X-Station sehen, sondern das ist der Year-to-Date-Anchored Volume Weighted Average Preis. Das ist der seit Jahresbeginn durchschnittlich bezahlte Preis im S&P 500 ETF. Der verläuft ungefähr, ziemlich genau im Bereich jetzt um diese 200-Tage-Linie, weswegen auch hier Käufer reinkommen könnten. Aber ganz kurz zum Fear & Greed Index, sind jetzt leicht zurückgelaufen. Hat sich geupdatet, gerade eben war es noch extremer Angst. Jetzt sind wir im Angst-Bereich, also der Markt hält sich so ein bisschen auf aus dieser Warte, aber nichtsdestotrotz, wir sind immer noch sehr, sehr ängstlich unterwegs, sind aber übergeordnet auf diese Trendlinie gelaufen. 200-Tage-Linie, Year-to-Date Anchored Volume Weighted Average Price. Denkbar, dass hier Käufer zunächst reinkommen. Ob das dann das Bild aufhält, das bleibt abzuwarten, aber es ist eine kurzfristige technische Reaktion. Ist auf jeden Fall denkbar. Mal gucken, vielleicht ist die finale Initiale, ähm, finale, nicht Initiale, die Initiale war gestern eigentlich mit den ALP-Zahlen die finale, ähm, Bestätigung dann einer ausgeprägten Korrekturbewegung. Vielleicht findet sich die mit den Non-Farm-Payrolls morgen. Aber nochmal, gestern, wie gesagt, die ADP-Zahlen veröffentlicht worden. ADP deutlich unter der Erwartung, 89.000 neu geschaffene Stellen im privaten Sektor, 155.000 erwartet. Das ist eigentlich in solch einem Umfeld, besonders ausgehend von dieser Extension auf der Oberseite im Zinsmarkt, der Trigger, meiner Einschätzung nach, oder Dominostein, der kippt, der kleine Impuls, der in der Lage ist, eine scharfe Rallye nach sich zu ziehen. Ähm, wir haben eine Reaktion gesehen im Zinsmarkt dahingehend, dass der TLT beispielsweise die 85 hat halten können, aber unterhalb der 5-Tage-Linie, also da ist sowieso mit Vorsicht, das alles zu genießen. Solche eine Gegenbewegung haben wir auch schon aus einer früheren Extension letzte Woche am Donnerstag zu sehen bekommen. Auch dort, man kann erkennen, die Korrespondierte hier mit der Aufwärtsbewegung in Equities, das heißt, der Zinsmarkt wirft seine Schatten auch auf den Equities-Markt aus, was sinnvoll ist oder nachvollziehbar, wenn man so argumentieren möchte, sagt man, naja, wenn ich jetzt auf 10 Jahre 4,7% bekomme, habe eine Dividendenrendite auf den S&P beispielsweise von 1,4, 1,5%, warum sollte ich dann in einem aktuellen Umfeld Aktien kaufen? Also, sicherlich auch vor diesem Hintergrund könnte man argumentieren, sind wir relativ stark unterwegs, das muss man auch mal sehen, aber nichtsdestotrotz, es gibt eine natürliche Tendenz dann an dieser Stelle eben Schichten, ein Umschichten aus Equities in Bonds zu sehen zu bekommen. Und wir sehen jetzt in dieser Konstellation eben eine Nachfrage, Bonds aus dieser Werther mit einem kurzen bei uns, aber schon letzte Woche Freitag mit einem Top-Out und Überrollen wieder gegen die 5-Tage-Linie, tieferen Tiefs, die wir markiert haben, zunehmender Extremismus, in Anführungsstrichen ein sehr, sehr einseitiges Sentiment, ich erinnere kurz an die Ausführung meinerseits gestern Rick Santelli zu Beginn der Woche mit Ausführung bei CNBC, so ähnlich fast schon möchte man sagen wie dieses Markets and Torm Oil, was immer sehr häufig mit Tiefs dann entsprechend korrespondiert, der vorbei ist, er kann sich vorstellen, dass Zinsen auf 13, 14% steigen und so weiter und Angstszenarien schürend, das ist wie gesagt ein Bounce begünstigend, wir haben einen leichten Bounce zu sehen bekommen, noch ist aber nichts gewonnen und ich muss sagen, ich bin echt überrascht, ob der verhältnismäßig verhaltenen Bullischen Action folgen auf diese Entwicklung, die wir zu sehen bekommen haben, jetzt mit den ADP-Zahlen, aber und jetzt kommt es final, ein Blick auf Gold, das kann dir überhaupt gar nicht gefallen, was wir hier in Gold zu sehen bekommen haben, vor dem Hintergrund auch ganz besonders noch aus der technischen Warte, dieser starken Extension auf der Unterseite und dass wir eine Einordnung haben, wir haben seit letzter Woche Montag jeden Tag rot geschlossen, Abgaben zu sehen bekommen, sahen dann eine erste Tendenz am vergangenen Mittwoch, Entschuldigung, vergangenen Mittwoch ist Quatsch, Montag, Dienstag war es, Dienstag die JOLZ, Arbeitsmarktzahlen, also Job Vacancies, das heißt also ausgeschriebene Stellen, die sind deutlich über der Wartung reingekommen, es gab eine spiky Action, also man kann es hier sehen mit den diversen Lunden, die sich hier herauskristallisiert haben, aber es gab kein Follow-Through unter Tiefs und das war ein Sinn, dass ich sagte, das könnte der Boden gewesen sein jetzt hier und Long mit Break über diese Widerstandsregionen, also diese Range-Begrenzung, die sich jetzt mittlerweile herauskristallisiert hat, 1833, scheint durchaus eine ernstzunehmende Option zu sein. Wollte, sollte am Dienstag noch nicht sein, dann kommen die ADP-Zahlen gestern rein und wir sind auch nichtmals in der Lage, diese Hochs zu attackieren. Also wenn du mal eine Definition, relative Schwäche sehen möchtest, dann ist das, glaube ich, ein Paradebeispiel für jedes Trading-Buch in Zukunft. Du willst oder du hast ein perfektes Line-Up, um auf solch einem Print einen Break und eine dann technische Reaktion zu sehen zu bekommen, nicht, dass dir das Bild übergeordnet auffällt, aber ich sage mal, dass wir realistisch bis in Gefilde um 8,60 eventuell zurücklaufen, vielleicht 8,70, wenn es ein bisschen optimal läuft an dieser Stelle, dass wir nicht in der Lage sind, diese Hochs rauszunehmen, sondern tatsächlich sogar nochmal überrollen. Die Tiefs anlaufen, zwar halten, aber nichtsdestotrotz keinerlei Tendenz haben, auf der Oberseite zu brechen. Das kann dir als Bulle absolut nicht gefallen und da sollten wir ganz vorsichtig sein mit Long-Engagements. Ich würde sagen, ja, wenn wir über die 8,33 gehen, von mir aus auch durch die Non-Farm-Pairroads, die morgen noch veröffentlicht werden, um 14,30, könnte es sein, aufgeklappte Range an dieser Stelle, so kommen diese vertikalen Linien hier zustande, dass ich sage, Break drüber, dann gibt es vielleicht eine ausgeprägte Korrekturbewegung, die uns Richtung 8,50 erstmal führt, das ist so ungefähr das Ziel, sollten wir aber vor den Non-Farm-Pairroads oder durch die Non-Farm-Pairroads unter die ausgebildeten Tiefs gehen, diese Range nach unten aufklappen, dann sollten wir uns darauf einstellen, dass wir trotz dieses einseitigen Sentiments weiter ganz klar short bleiben und auch im Test, vielleicht sogar ein Fall unter die 1.800-US-Dollar-Marke in Gold nicht auszuschließen. Also, soweit meinerseits. Also, kein besonders günstiges Bild für Gold, nichtsdestotrotz, entspannt sich die Lage am Zinsmarkt, könnte sich Gold stabilisieren, dann würde ich aber wiederum sagen, Tendenz geht dann eher in Richtung Equities-Bereich. S&P 500, technisch ganz interessant, 200-Tage-Linie angelaufen, Year-to-Date, Anchored Walling, Related Average Price. Wenn du dir da einen relativ starken Titel rausnimmst, ich glaube, dann sollte man mal einen Blick in der X-Station auf die Tesla-Aktie werfen. Soweit meinerseits. Happy Trading, passt auf die Stops auf. Wir hören uns dann morgen wieder mit Ausblick auf die Non-Farm-Pairroads. Ich freue mich drauf, habt euch wohl, macht's gut, bis dann und tschüss.